Die zweite Seite Yaido-Kata im Stehen, die eigentlich im Sitzen ist, und zwar Ushiro rückwärts. Der Gegner kommt immer von hinten, also drehen wir uns um. Jetzt kommt er von dort, wo ihr guckt. Wir nehmen die Hände an die Seite. Wir greifen zum Schwert, drehen uns, und erst, wenn wir die Waagerechte überschritten haben, ziehen wir. Drehen waagerecht. Jetzt setzen wir den Fuß um, schneiden. Hier Sajabiki machen. Das Schwert ist leicht nach vorne geneigt. Vorrutschen, rechte Hand über den Kopf, und Schnitt. Oshikomi. Oshikomi. Fußwechsel. Nun und hoch. Blick jetzt nach unten, Hand an die Seite, zurückgehen, Blick geht wieder nach oben, beide Hände an der Seite. Achtet darauf beim Drehen der Füße, dass ihr erst den linken Fuß 90 Grad versetzt, dann den rechts 180, dann den linken wieder 90. So beginnt ihr. Ich zeige die Kante noch einmal so rum. Ich zeige die Kante noch einmal so rum. Ich zeige die Kante noch einmal so rum. 2 Ich sege die Kante. Es mich jetzt so zum Wollieren. Und recurse die Kante. Durch dasiceless.